Die Y-Wings werden diese Kampfläufer für euch... Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Star Wars Battlefront. Wir spielen in der Jundlandwüste und legen gleich mal los. So. Wir haben eine Abflugstation aktiviert. Macht euch bereit... Spielzeit circa 16, 17 Minuten, außer wir kriegen die Burschen wesentlich vorher down. Glaube ich aber nicht. Halte die Kampfläufer vor der Basiswerke. Da, verdammt. Ich spiele jetzt ein bisschen defensiver. Ich gehe einfach zu oft drauf sonst. Der... Na, da kommt einer geflogen. Der ist hier. Vielleicht können wir den irgendwie überraschen. Das haben wir tatsächlich hinbekommen. Aber... Muss ich teuer bezahlen, oder? Nein. Gleich weg. Ach, wir haben ja noch dieses Distributor-Teil. Das muss ich auch nochmal öfter testen. Jawohl, den haben wir auch. Gleich mal wieder in Deckung. Mal gucken, wo der nächste anlümmelt. Der lümmelt uns hier gleich an. Ööö, was für ein Flug. Der muss ja irgendwo landen. Ja. So gut, dass er mich gleich hat. Der hat irgendwas eingesammelt. Ach, der darf jetzt im AT-AT rumfahren. Das haben wir ja auch immer, das Teil. Aber ich will ein bisschen was ändern. Das finde ich fast besser so. Vielleicht ist es sogar mal ein Treffer. Ja, es ist gewarnt worden. Okay. Okay. So, Leute. Wir gucken uns mal an. Da ist der Weg direkt frei. Kann man eigentlich mit denen da auch? Ah ja, das dauert ewig. Wie ist die an, wie sie jetzt sind? Der ist weg. Okay. Ui, was ist da passiert? Fuck, 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 fuck. Da hat sich einer angeschlichen. Da hat sich direkt einer angeschlichen von den Lümmeln. Okay. Trifft er das Ding mal? Die treffen doch so selten, die Teile. Da war doch einer von den Würsten. Da ist er ja. Weg, 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 weg. Oh, ich war wirklich zu langsam wieder. Aber mein Kollege hat's gerichtet. Sehr gut. Vielen Dank. Der macht meine Unfähigkeit weg. Weg, weg. Gucken wir mal. Hier wird ja fleißig geschossen. Orbitalangriff. Achtung. Oh, fuck. Also die kam, die kam früher auch irgendwie, äh, ne Sekunde, äh, früher, der Hinweis. Oder täusche ich mich? So, Achtung. Fuck. Ah, fuck, warum klappt sowas nie? Weiter geht's. Ach nee, kommen wir ganz woanders raus. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Wir haben die Ablängsstation unter Kontrolle. Verteidigt sie. Ah. Positive Zielerfahrung. Okay. Ich will das Ding da mal irgendwie, mal was weglöten. Wenn dann erst, wenn der Kampfläuferangriff losgeht, muss er eigentlich losgehen. Oder läuft er schon? Ich weiß gar nicht. Bomba gestartet und auf Angriff. Erzart. Jetzt geht's gleich los. Achtung. Weiß nicht, was die Tante da von mir will. Drei, zwei, eins und los. Okay. Ah, das macht diesen, diesen mega geilen, ähm, ja, äh, Blitzeffekt. Wissen wir das auch mal? Oh ja, mein Leben neigt sich gleich zum Ende zu. Ah, überhitzt scheiß Timing von mir. Kann ich auch besser timen. Orbitalangriff. Oh, 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 das endet böse. Macht nix. Kleiner Erfolg. Und eventuell kann ich ja hier noch einen drauf geben. Dann hier geht's anscheinend ganz schön ab. Noch ein Orbital. Ah, schon wieder. Weg mit den Orbitalangriffen. Da muss ich weg, weil, da bin ich nur wieder Kanonenfutter. So, Achtung. Vielleicht kann ich direkt noch einen Schuss abgeben. Den Hammer. Ne, passt, ist vorbei. Da schießt einer auf mich. Da soll erstmal jemanden anders platt machen. Oh, da gibt's was da drin, oder? Kriegen wir das noch? Jawohl. Hammer des. Blaster Kanone. Okay, mit der komme ich halt überhaupt gar nicht zurecht. Ich treffe damit nix. Aber hier kommen jetzt gleich welche runter. Vielleicht können wir da noch einen. Ne, der gehört zu mir. Allerdings. Jawohl. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo stellen wir das hin? Ja, am besten da. So, ich sag's ja, mit diesem Blasterding habe ich einfach kein Glück. Ich stelle es auf, bin tot, oder ich treffe nicht. Aber den treffen wir eventuell. Ja, das hat geklappt. Nur weg hier. Oh, da haben wir was Schönes. Das müssen wir jetzt nur noch richtig aufstellen. Dann kann uns das wirklich was bringen. Jawohl. Der ist hin. Nicht von uns. Aber mein Geschirr ist jetzt auch schon kaputt. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Da kriege ich das schon mal. Okay. Das dauert jetzt nicht lang, bis der nächste Kampfläufer kommt. Da, hier. Den haben wir erwischt. Jawohl. Der stand ja auch wirklich klasse für mich da. Und weiter, weiter. Da kommen sie doch eigentlich gleich alle, oder? Oder habe ich das Glück, dass die wieder hinter mir rauskommen? Oh, ist das meins oder von jemandem anders? Weiß ich nicht. Ne, meins habe ich, glaube ich, anders hingestellt. Wo sind die alle? Okay. Na, die bereiten sich vor, uns alle platt zu machen. Ich brauche nochmal so ein Power-Up. Man will ja nicht ganz unvorbereitet sein. Oh ja. Der ist schon weg. Jetzt geht's dann doch los. Da oben. Da oben schnipstern die rum. Jedenfalls besser wie diese dummen Piloten, die dauernd irgendwelche Roadkills machen. Wohin ist denn der gestorben? Hat aber einer einen Kunstschuss hingelegt, oder? Da gewesen. So, hier waren die ja alle. Oh oh. Die haben uns natürlich schon wieder alle auch im Visier. Ich bin genau in der Schusslinie vom Hottehy. Nur mal schnell weg hier. Aber da kriegt ihr, was ich wollte. Oh, shit, shit, shit. Der Robin war's. Wie steht's denn? 6 zu 9. Ja, bescheiden, bescheiden. Okay. Wolang? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Also, das geht auch immer schneller. Jetzt schauen wir mal. Der AT-AT ist verwundbar. Verdammt der Axt, verdammt der Axt. Wahnsinn. Also, irgendwie glaube ich, bin ich immer ganz gut zu treffen. Da ist schon der Nächste, der auf mich lauert. Wird dann doch noch ganz gern was auf den AT-AT abfeuern. Jawohl. Ich glaube, ein bisschen Schaden konnten wir machen. 30, 65, aber... Oh! Herrschaftszeit. Das, das, das ist ja... Das ist was, gell? Das ist was, liebe Leute. Liebe Star Wars Fans, das ist ein Abenteuer. Aha. Ich glaube, hier stehe ich ja ganz verkehrt, oder? Ich gehe mal da entlang. Und, äh, kuschle mich mal da in Richtung... Kartenmitte. Jetzt geht's los. Aha. Oh, cool. Oh, schön. Dass ich auch mal so ein Glück habe. Das freut mich. Das sind ja noch mehr so Lümmeln. Aha. Ist da einer. Tatsächlich. Den Hammer. Ich flieg mal dezent auf die Seite. Warte, bis ich wieder voller Energie bin. Sollen doch erstmal die anderen sterben. Der Horst rennt von rein. Okay. Da ist wieder so einer. Den haben mich natürlich auch schon entdeckt. Also krieg ich den mal. Jawohl. War aber ein hartes Stück Arbeit. He, he, cool. Ihr Vollidioten. Immerhin. Immerhin konnten wir die ein bisschen von ihrem Snipern abhalten. Jetzt gammeln die aber gleich alle hier auf dem Schiff rum. Das machen wir jetzt auch so. Kann ich das Ding da so rüber? Nee, da passt der Winkel nicht. Aber da ist einer. Der ist runtergesprungen. Nee, das ist nix für mich, das Ding. Das ist nix für mich. Ablink Erfassungssequenz offline. Wir müssen das Signal reaktivieren. Fuck you. Nicht getroffen. Was steht denn da? Okay, das haben wir jetzt erwischt. Läuft der Gaul noch hier rum? Der AT-ST. Okay, anscheinend ist der schon down. Schießen wir doch mal rein. Okay, da ist nix mehr. Unten geht's weiter. Ein Goodie mitnehmen. Halt, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, wir bleiben oben. Da sind sie auch wieder alle. Ich stelle es jetzt mal da so hin. In der Hoffnung, wenn der nächste hier vorbeitrampelt, dass der Rechtsschnitt zerstört wird. Achtung. Also, der schieße sich voll mit dem Laser und der geht nicht mal komplett drauf. Ist anscheinend besser für nicht organische Subjekte. Oh, ist das Boba Fett. Ja. Ja, gegen den haben wir nicht viel Chance, wenn der jetzt hier gleich ankommt. Hat er mich, oder? The key. The key. Und und ich komme gleich wieder da raus. Was für ein Rotz. Den Hammer. Jetzt wäre es cool, wenn wir da noch einen von da oben runterzumachen können. Der steht doch schön still. Ja, den Hammer. Weg hier. Das ist noch heiß. Wo ist denn der? Was ist das? Ich glaube... Ne. Doch, da ist einer. Jetzt hat er da, Mann. Kruzifix. Ach, es war ein Geschütz. Drum konnte ich da so lange drauf rum prügeln. Ohne irgendwie Erfolg zu haben. Okay. Erst mal hier weg. Das ist nämlich eine ganz schön heiße Ecke gerade geworden. Mit dem Quatsch weg. Aber das nächste aufsammeln. Schauen wir, was das uns Schönes bringt. Oh, das Geschütz. Das Geschütz. Das mag ich ja wirklich. Jetzt geht es ja eh gleich wieder los hier mit der Baller-Action. Dann werden wir das da hinsetzen und das Beste hoffen, oder? Aber ich kriege schon wieder richtig viel Schüsse ab. Der Robin, der macht's. Boah, 50 Kills. Mein lieber Freund. Der suchtet das Spiel ja mal anders. was, hä? Können wir den jetzt sogar noch irgendwie runterfetzen. Es gibt's nicht. Ah, okay. Wir haben noch das schöne Geschütz. Das setzen wir jetzt hier mal hin. In der Hoffnung, dass das so eine fiese, lange Reichweite hat. Aber ansonsten, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Da ist noch der Boba fett. Und dann bleib ich da mal ein bisschen in Deckung. Und geben mal hier richtig Gas. Der ist draufgegangen. So, Leute, was mit euch? Schieß doch mal hier. Ich werde jetzt auch noch mal hier irgendwas packen. Wäre cool. Oh, also das Spiel, glaube ich, werden wir nicht gewinnen. Also, ich glaube, das wird nix. Achtung. Ich sagte, er hat mich. Niederlage. Naja, das war ja auch hier. Die sind ja noch topfit, unsere Kampfläufer. Oder die Kampfläufer vom Gegner. Ja, vielen Dank fürs Reinklicken. Hat Spaß gemacht einigermaßen. Trotz meines, äh, bescheidenen Erfolgs. Äh, 13 zu 15. Vielen Dank. Ciao. Bis zum nächsten Spiel.